In neuen Sachen fühlt man sich toll. Doch nach dem Waschen, Farbe verschwindet, Form verschwindet. Zuletzt kommt man sich vor wie im Müllsack. Denn Vollwaschmittel kann oft brutal zur Wäsche sein. Das beweist der hohe pH-Wert. Hier ist der pH-Wert niedriger, ein Zeichen für Schonung. Es ist drei. Frei von Bleichmitteln, frei von Aufhellern. Gut für die Form, gut für die Farben. Bleich hält Farbiges in Form.